Wir sind Sebastian Fahlbrock und Simon Meier von UpStories und wir möchten den Handel lebendiger und flexibler gestalten und möchten die Offline-Komponente des Handels mit der Online-Komponente verbinden. Einerseits wurde Offline und Online-Commerce bisher oft als gegensätzlich betrachtet. Dabei ergeben sich eigentlich sehr, sehr viele Synergien durch das Verschmelzen von Online und Offline. Mit unserem Konzept kann der Händler beispielsweise für kurze Zeit eine Ausstellungsfläche in dem Laden zur Verfügung stellen und attraktive Produkte dort aufnehmen, um die Kunden öfters anzulocken. Der Kunde sieht dort dann eine schön aufbereitete Ausstellung, die er physisch erleben kann und dann im nächsten Schritt vor Ort bestellen kann. entweder zur Click & Collect Abholung direkt bei dem Offline-Partner oder auch bei einem unserer anderen Offline-Partner oder du kannst beispielsweise sie dann auch direkt zu dir nach Hause bestellen. Für den Endkunden sind unsere Ausstellungen wie kleine Messeauftritte. Der Kunde kann hier die Produkte physisch erfahren und sich ein Bild von der Qualität, von der Textur und den Eigenschaften machen. Um das Produkt zu erwerben, kann der Kunde auf unserem kuratierten Online-Marktplatz die Auswahl erneut betrachten, hier nochmal einige Eigenschaften der Produkte nachsehen und das Produkt dann bestellen. Wir hoffen, dass wir den Handel grundlegend verändern können und die langen Vorlaufzeiten von der Vorbestellung des Einkäufers bis dieses Produkt dann schlussendlich im Laden ist, wesentlich vereinfachen können.